Ja, moin moin meine Diggers und Diggerinas, willkommen zu diesem kleinen neuen Video und ihr dürftet schon bemerkt haben, meine Mikrofonqualität ist deutlich anders und ich, wie ich finde, auf jeden Fall besser, ein bisschen satter der Sound und das liegt einfach daran, ich habe jetzt momentan ein DBX angeschlossen, das ist ein Preamp, ein Mikrofonvorverstärker und daran angeschlossen ist ein Focusrite, ein Audiointerface und das ganze Ding ist, ich habe vorher die ganze Zeit so mit einem USB Mikrofon aufgenommen, das kennt ihr ja schon, beziehungsweise der ein oder andere, andere dürfte das kennen, das war das rote Podcaster, das weiße, da habe ich auch, glaube ich, ein Backopening von gemacht und jetzt ist es halt so, ich benutze neues Equipment, das hat ein bisschen gedauert, das alles einzustellen und ich habe auch leider ein kleines Problem damit bei, denn, ja, wie soll ich sagen, das DBX ist ein bisschen Schrott, denn es kommt ab und zu mal vor, dass der Sound kraxelig wird und dann hat man extremes weißes Rauschen, da ist wohl irgendein Defekt, beziehungsweise ich habe da irgendwie ein bisschen missgebaut, glaube ich, mit der Phantomspeisung, aber das ist alles ein Thema, das interessiert euch wahrscheinlich alles gar nicht, denn, was ich eigentlich sagen will ist, ich habe Bock auf ein neues FAQ, also ich würde sagen, ihr stellt mir auf jeden Fall mal ein paar Fragen und das Ding ist, achtet bitte darauf und das ist mir sehr wichtig, dass wenn ihr eine Frage zum Beispiel, ihr denkt euch irgendwas auch zum Beispiel, irgendwie, was ist dein Lieblingsessen? Und dann guckt ihr mal bitte in die Kommentare und schaut doch mal, ob das jemand anderes schon gefragt hat und wenn das jemand anderes schon gefragt hat, dann würde ich sagen, ihr schreibt einfach nur von wegen drunter, das ist auch meine Frage oder ihr liked einfach den Kommentar von dem anderen, somit weiß ich, okay, die Frage ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, hat eine hohe Priorität, denn, wenn sich immer wieder dieselben Fragen unter dem Video, ja, häufen, ist das ziemlich nervig und ich muss suchen, 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 aber ich habe richtig Bock mal wieder auf ein FAQ, ist ja auch schon lange her und ich blende euch, ihr seht es ja schon, ich blende ja gerade ein bisschen was von den neuen Sachen ein, die ich benutze und ich weiß halt nicht, wie ihr das findet von der Soundquelle her, ich werde ein bisschen Musik drunter legen jetzt hier, ich labere auch gerade ein bisschen so free, ich habe keinen Text, kein Dings geschrieben, wie heißt das hier, kein Skript geschrieben, kann gar nichts, ich labere jetzt mir einfach gerade nur so ein bisschen, ja, das, was ich sagen will, quasi aus der Seele raus und, nee, ich bin gespannt, was wir so machen und was so an Fragen da auf jeden Fall zusammengestellt wird von euch, ich bin gespannt und jetzt bin ich auch schon wieder raus, euer Ulix und ciao